Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider The Chronic Weiter geht es Also hier geht es nicht weiter, aber da Hm, na mal sehen wie lange das Level noch ist Oh mein Gott Da unten steht einer No Oh mein Gott Ein Medipack Danke Das kann ich auch gut gebrauchen Ähm What the fuck Das hat jetzt aber viel Leben verbraucht Und schon wieder ein Fahrstuhl Warum geht der jetzt nicht auf Na waren das alle Hm, das Seil Kann man es benutzen? Nein Hm Was muss ich tun? Hm Ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll Das nervt jetzt Und wieder stehe ich Auf den Schlauch Also das funktioniert Das funktioniert auch nicht Ich weiß nicht, was ich tun soll 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 Was will man jetzt von mir? Was will man jetzt von mir? Ah! Ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll. Habe ich irgendwas vergessen? Habe ich irgendwas wichtiges vergessen? Ich weiß nicht. Ihr kennt ihn wohl nicht mehr? Scheiße. Das ist so nervös. Warum ist hier nichts? Okay. Das ist so nervös. Das ist so nervös. Das ist so nervös. Werd ich hier jetzt wieder gezwungen, die Lösung zu gucken? Das ist so nervös. 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 Das ist so nervös.